Herzlich Willkommen zum Digital Production Workshop Audio für YouTube. In diesem Video werde ich Ihnen die Unterschiede zwischen den im Workshop besprochenen Mikrofon-Typen anhörlich vorführen. Wenn Sie einfach nur Sprache ohne Videobild aufzeichnen wollen, spielt es keine Rolle, wo das Mikrofon aufgestellt wird und wie groß es ist. Für diesen Fall ist ein Kondensatormikrofon mit mittlerem oder großem Membrandurchmesser die beste Wahl. Sie hören nun das Samsung G-Track USB Kondensatormikrofon, das über einen angenehmen Nahbesprechungseffekt verfügt und ein gutes Sprachsignal liefert. Ein Nachteil ist das relativ hohe Grundrauschen des Mikrofons, das bei Nachbearbeitung des Sprachsignals mit Kompressor oder Limiter unangenehm in den Vordergrund tritt. Hören Sie den letzten Satz noch einmal, diesmal mit starker Kompression. Ein Nachteil ist das relativ hohe Grundrauschen des Mikrofons, das bei Nachbearbeitung des Sprachsignals mit Kompressor oder Limiter unangenehm in den Vordergrund tritt. Für den direkten Vergleich hören Sie nun mit dem Neumann U47 FET ein wesentlich teures Mikrofon über den gleichen Mikrofonvorverstärker. Die anschließende Bearbeitung mit Kompressor weist die gleiche Gain Reduction auf. Wenn Sie Sprache parallel zum Videobild aufzeichnen möchten, ohne dass ein riesiges Mikrofon ins Bild hineinragt, können Sie außerhalb des Bildausschnittes auch ein Grenzflächenmikrofon auf den Tisch legen. Dieser Mikrofontyp nimmt wesentlich weniger Raumanteil auf als höherkömmliche Mikrofone und eignet sich daher auch gut für das Aufzeichnen von Gesprächen mit mehreren Personen. Dann darf nur niemand die Fläche berühren, auf der das Mikrofon liegt, sonst klingt das in etwa so. Wenn sich der Moderator vor der Kamera viel bewegt, ist ein Ansteckmikrofon, auch Lavalier-Mikrofon genannt, wohl die eleganteste Lösung. Aber auch hier kann es Probleme geben, wenn das Mikrofon unsachgemäß an der Kleidung des Moderators befestigt wurde. Dann kann es nämlich zu unschönen Rumplern und überlauten Textilgeräuschen kommen. Klanglich sind Ansteckmikrofone zwar ganz in Ordnung, für die Aufzeichnung von stark komprimierten Off-Stimmen eignen sie sich aber weniger.